Geldsysteme allgemein Teil 4 Anmerkung Auch in diesem Beitrag gibt es Tafeln, die im Video zu sehen sind. Regionalgeld Nochmal ein kurzes Wort dazu. Es wird behauptet, dass es damit weniger Armut gibt, dass sich der Lebensstandard der Teilnehmer erhöht hat. Das ist durchaus logisch und nachvollziehbar. Das wird allerdings nicht so bleiben, da auch nationale und regionale Währungs- und Geldsysteme einer Entwicklung unterliegen, und zwar der absolut gleichen. Was sich unterscheidet, ist die Anzahl der Teilnehmer, welche die Geschwindigkeit der Entwicklung und die Intensität der Auswirkungen beeinflusst. Es gilt, ist die Teilnehmerzahl an einem Geldsystem gering, sind auch die Vermögensunterschiede zunächst gering. Die Verlagerung von Vermögen in die Hände weniger geschieht langsam. Die Intensität der Auswirkungen steigert sich langsam. Ist die Teilnehmerzahl an einem Geldsystem groß, sind auch die Vermögensunterschiede groß. Die Verlagerung von Vermögen in die Hände weniger geschieht schnell. Die Intensität der Auswirkungen steigert sich schnell. Oder, vielleicht verstehen es einige so besser, bis ein Teilnehmer eines kleinen Geldsystems das Vermögen eines bestimmten reichen Teilnehmers eines großen Systems erreicht, benötigt er im kleinen System viel länger. Oder, zu einem bestimmten, aber gleichen Zeitpunkt in der Entwicklung zweier Systeme sind die Ärmsten in einem großen System deutlich ärmer als die Ärmsten in einem kleinen System. Wächst ein Geldsystem mit der Anzahl der Teilnehmer, Intensivieren sich die Auswirkungen und die Intensivierung beschleunigt sich. Umverteilungen von Reich nach Arm gleichen nur kurzfristig und marginal an. Sie beschleunigen aber den Gesamtprozess. Betrachtet man unter Berücksichtigung dieser Mechanismen die Europäische Währungsunion, wird sehr schnell deutlich, welchen Zweck sie tatsächlich verfolgt hat. Es war die Beschleunigung des Geldflusses zu den Oberschichten. Dass die Unterschichten dabei umso schneller ausgezehrt wurden, war dabei völlig egal. Erinnern Sie sich bitte an die Beschreibung der Ultraspitze. Ich stelle die Vorgänge noch einmal in verschiedenen Tafeln dar. Die Tafeln Stellen Sie sich eine Skala von 0 bis 100 vor. Sie stellt den weltweit möglichen Vermögensspielraum dar. 0 bedeutet das kleinstmögliche monetäre Vermögen, also gar nichts. 100 bedeutet das größtmögliche Vermögen. Das weltweite Geldsystem nimmt eine Spanne von, sagen wir, 0 bis 80 ein. Der Geldstrom ist sehr breit. Sobald er 100 einnimmt, ist kein Wachstum mehr möglich. Diesem Punkt nähern wir uns gerade. Regionalgeldsysteme nehmen, je nach Größe der Region, einen Umfang von 20 oder 30 ein. Das heißt, die Ärmsten des Regionalgeldes nehmen zu Beginn eine Untergrenze von ca. 40 ein. Die Reichsten eine Obergrenze von 60. Damit liegt das Geldsystem gut in der Mitte. Es könnte auch zwischen 10 und 30 liegen oder zwischen 75 und 90. Im Verlauf wird es dazu tendieren, dass die Ärmsten sich gegen 0 bewegen. Die Reicheren werden sich gegen 100 bewegen, diese aber nie erreichen, weil das Geldsystem gar nicht die Geldmenge hat und nie einen entsprechenden Vergleichswert erreichen kann. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl geschieht die Verlagerung auch sehr langsam. Der Geldstrom ist relativ schmal und hat demnach wenig Kraft. Daher kamen auch die verhältnismäßig geringen Umsatzzahlen pro Teilnehmer. Siehe dazu Geldsysteme Schwundgeld Teil 6 Resümee. Deutlich anders sieht es beim Geldsystem einer Stadt, eines Bundeslandes oder einer Nation aus. Mehr Teilnehmer bedeutet einen breiteren Geldschluss, der damit auch eine höhere Geschwindigkeit und wesentlich höhere Kraft erreicht. Entwicklungen Vermögenswirksame Auswirkungen im zeitlichen Verlauf Um diese einfach darzustellen, verwende ich eine Art Koordinatensystem. Die vertikale Achse stellt die gesellschaftliche Position dar. Sie ist der Einfachheit halber in drei Bereiche aufgeteilt. Die Oberschicht, die Mittelschicht und die Unterschicht. Die horizontale Achse stellt das individuelle Vermögen inklusive der Sachwerte dar. Die Gesamtbreite ist begrenzt und ist gleich dem potenziellen Gesamtvermögen. Auch dieses ist in drei Bereiche dargestellt. Wenig Vermögen auf der linken Seite, mittleres Vermögen in der Mitte und großes Vermögen auf der rechten Seite. Der Zusammenhang, den Max Horkheimer herstellte, spielt hier keine Rolle, auch wenn er hier visualisiert scheint. Der zeitliche Verlauf wird in drei dieser Schemen dargestellt. Beginn, Mitte und Ende eines Geldsystems, das, betrachtet man die Vergangenheit, ca. 70 bis 80 Jahre existieren kann. Ich betrachte nun die Geldsysteme, wie sie von den beiden bekanntesten Gesellschaftstheorien gedacht sind. Theorien Das sozialistische bzw. kommunistische Ideal, das so definitiv nicht existieren kann, sieht vor, allen ein möglichst gleichmäßiges Vermögen zu verschaffen. Es gibt weder extrem reiche noch extrem arme Menschen. Alle bewegen sich in einem Mittelfeld. Die Unterschiede sind sehr gering, wenn überhaupt vorhanden. Ein Ende ist nicht vorgesehen. Das kapitalistische Ideal hingegen sieht vor, dass sich das Geld aufgrund von Angebot und Nachfrage so verteilt, dass die Geschicktesten am meisten haben. Das sind das Finanzwesen und Großunternehmer, danach die KMU und mit dem geringsten, aber immerhin noch lebensfähigen Vermögen die durchschnittliche Bevölkerung. Wer fleißig ist, steigt auf. Oder wer besser betrügen kann? Das ist noch nicht ganz klar. Im zeitlichen Verlauf kommt es zu einer harmonischen Abstufung. Ein Ende ist auch hier nicht vorgesehen. Beide Ideale sind definitiv utopisch. Der Anfangszustand war annähernd 1948 in Deutschland erreicht mit der Einführung der D-Mark. Die Entwicklung kann hier klar verfolgt werden. Sie folgte keinesfalls dem verbreiteten Ideal. Realität Folgende Entwicklung ist in allen monetären Wirtschaftssystemen zu beobachten. Egal ob sie sich kapitalistisch, neoliberal, sozialistisch oder kommunistisch nennen. Zu Beginn haben einzelne Personen und Gruppen einen gewaltigen Vorsprung. Dazu gehören Mitglieder von Herrscherfamilien, dominante Clans und Unternehmer, welche von Krisen profitieren. Der Vorsprung der Mittelschicht zur Unterschicht ist hingegen nur minimal. Im zeitlichen Verlauf vergrößert sich der Abstand der Vermögenden. Die Individualvermögen haben sich entsprechend der Logik der monetären Wirtschaft entwickelt. Während sich die Vermögen der Oberschicht deutlich vergrößert haben, verkleinerten sich die der anderen. Durch mehr wertverfallende Sachwerte wird ein scheinbarer Wohlstand vorgegaukelt. Ein extremes Beispiel sind Sozialhilfeempfänger, die zwar PCs besitzen, Handys, Spielekonsolen und vieles mehr, aber keine gehaltvollen Nahrungsmittel und kaum ausreichend große Wohnungen. Von Suchtmitteln möchte ich hier nicht sprechen, da sich deren Konsum durch alle Schichten zieht. Am Ende liegen die Individualvermögen in den Gesellschaftsschichten derart weit auseinander, dass das System nicht mehr funktionsfähig ist. Umverteilungen haben die Verhältnisse nicht angeglichen, sondern den Prozess beschleunigt. Das System kann nicht mehr gestartet werden. Verteilung der Teilnehmer in den sozialen Schichten im zeitlichen Verlauf Zu Beginn existiert eine vermögende Oberschicht mit größerem Vermögen. Sie hat eine geringe Teilnehmerzahl. Sie beeinflusst mittels Geld politische Entscheidungen zum eigenen Vorteil. Der Mittelstand besteht aus Kleinunternehmern, qualifizierten Facharbeitern und Handwerkern. Ihre Teilnehmerzahl ist größer als die der Oberschicht, aber kleiner als die der Unterschicht. Die Unterschicht stellt die größte Teilnehmergruppe dar. Sie besteht aus einfachen, teils angelernten Arbeitern, Sozialhilfeempfängern und Menschen, die auch noch durch diese Maschen gefallen sind. In der Mitte befindet sich das System in der Blüte. Einige Individuen schaffen es von der Mittelschicht in die Oberschicht, was von dieser propagandistisch genützt wird, um die systemischen Widersprüche zu verschleiern. Die Illusion, dass es jeder durch Anstrengung zu Wohlstand schaffen kann, wird gestärkt. Die Wirtschaftslehren werden zur Religion. Auch von der Unterschicht schaffen es einige in die Mittelschicht. Vergleichbar mit der Nachkriegszeit in Deutschland bis ca. 1972. Die Auswirkungen des Wiederaufbaus. Was nicht gesehen wird, ist, dass auch viele von der Mittelschicht in die Unterschicht abgleiten und in der Unterschicht sich die Situation verschlimmert. Durch die Devise, dass jeder an seinem Schicksal, seiner Situation selbst schuld ist, er hat sich nur nicht genug bemüht, gedeiht diese Armut eher im Verborgenen. Es kommt zudem zu einem Anstieg psychischer Krankheiten im Zusammenhang mit Versagensängsten und Minderwertigkeitskomplexen. Am Ende bricht das System zusammen. Die Mittelschicht existiert nicht mehr, sie wurde ausgepresst. Das Vermögen befindet sich in den Händen von sehr wenigen. Das letzte Mittel zur Kontrolle der Massen ist Gewalt und moralisch begründeter, medial vermittelter Gruppendruck. In der Oberschicht haben sich einige Individuen ausgetauscht, die Aufsteiger propagandistisch gefeiert, der Glaube ans System gestärkt. Insgesamt verringert sich die Teilnehmerzahl dieser Schicht. Es wird versucht, das System zu variieren und neu zu starten, meist mit einem Krieg. In der Unterschicht befinden sich nun fast alle Teilnehmer. Die Anzahl der Teilnehmer in anderen Schichten ist verschwindend gering. Allerdings haben die Teilnehmer der Oberschicht und die wenigen von ihr abhängigen Teilnehmer der Mittelschicht oft noch Kontrolle über die bewaffneten Einheiten. Diese werden dazu benutzt, aufflammende Aufstände niederzuschlagen. Jene bieten noch eine vermeintliche Hoffnung auf monetäres Einkommen. Wie anhand dieser Überlegungen und Verläufe festgestellt und das auch in der Realität beobachtet werden kann, führen Geldsysteme immer wieder zu den gleichen Ergebnissen, egal wo sie eingesetzt wurden und werden. Im nächsten Beitrag möchte ich noch auf Preisdeckelungen eingehen. Eine weitere Maßnahme zur Verlängerung eines Geldsystems, die immer wieder kurzfristig eingesetzt wird. Mit bescheidenem Erfolg. Bis dahin danke ich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.